Die Ballsaison ist bereits eröffnet, doch wie jedes Jahr stellt sich die Frage, was trägt Frau darüber? Welche Stoffe und Schnitte sind diese Saison angesagt? Also für die Bälle kann man generell sagen, festlich, immer festlicher wird die Kleidung. Man legt wieder Wert auf feine Stoffe, auf fließende Teile, auf Chiffons, auf Sateuteile, auch ein wenig Transparenz. Farbe ist durchaus wieder erwünscht, sowohl das kleine Schwarze, aber auch Farbe, ob das jetzt ein Bordeaux ist, ob das in ein schönes Türkis hineingeht. Also viele, viele Farben sind hier möglich. Die Fläche ist sehr breit, es gibt von den verschiedensten Längen, knielang bis bodenlang, eine ganz breite Palette an Kleidern, aber auch Zweiteilern. Man kann aber sagen, dass das kleine Schwarze immer aktuell ist. Doch die schönste Frau ist nichts ohne einen feschen Mann an ihrer Seite. Doch was trägt Mann zu welchem Anlass? Je festlicher der Ball, desto festlicher sollte auch die Kleidung sein. Also ich sage jetzt einmal, ein Maturaball ist schon ein sehr festlicher Anlass. Da wird schon Wert gelegt auf wirklich sehr, sehr festliche Kleidung. Und wir sehen hier zum Beispiel ein Beispiel, ein etwas glänzendes Material. Das ist schon auch eine ganz interessante Variante, wo man eben fast in eine Sateu-Richtung den Anzug präsentieren kann. Und ein wunderschönes Kleidungsstück, was eben für einen Ball, aber auch andere Festivitäten durchaus geeignet ist. Also die Männer tragen eher dezent und lassen die Frauen strahlen? So kann man das sagen. Das ist auch wichtig. Wobei durch den Glanzeffekt strahlen ja die Männer auch mittlerweile ein wenig. Die Königsdisziplin kann man dann fast sagen, ist dann das Smoking. Ob das jetzt mit dem Schal, mit der Schalfason ist oder mit der Spitzfason. Das Smoking ist das klassische Kennzeichen auch, dass man dazu einen Kummerbund trägt. Also diese Schleife um den Bauch herum und die klassische Fliege, so wie es eben wirklich für die ganz, ganz festliche Bekleidung vorgeschrieben ist. So perfekt aufeinander abgestimmt steht einer rauschenden Ballnacht nichts mehr im Wege.